Jetzt nur noch hier, was haben wir da? Unfall, Invalidität, das ist ein bisschen verdrückt, aber das macht nichts. Das ist, bleiben wir bei 20.000, ne? Stellen Sie sich vor, es fällt Ihnen eine Kiste, eine volle, auf den Kopf, ein ausgelaufenes Auge, dann ein steifer Arme, ein gemachter Mann. Gerhard Polt in seinem ersten Kinofilm, Kehr aus. Meine Herren, Leistung ist und bleibt, der Motor eines jeden Unternehmens, der ganze sechste Stock ist ein retardierendes Moment. Ist ja Alarm. Ein Maurer kommt zum Polier, polierter Schubkorn macht immer, quick, quick, sagt der Polier, fristlos entlassen. Fragt der Maurer, warum, antwortet der Polier, bei uns machen die Schubkorn immer, quick, 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 quick. Das können die nicht, das können bloß wir. Witz erzählen und dann, ha, ha, ha. Jetzt führen die Emanzen, die Herren, zum Tanzen. Damen mal! Seid zu diesen Brüsten. Geben Sie mal ein Urteil ab. Ich weiß nicht. Dann bilden Sie sich ein Urteil, langen Sie hin. Ja, soll mal melken. Haben Sie nicht gehört? Das ist quasi ein Befehl. Wir sind zusammen gerumpelt. Sie und ich sind zusammengestoßen. Wie heißt Berndirad? Anirose. Anirose ist ein schöner Name. Die meisten sagen Rosi zu mir. Kehraus mit Gisela Schneeberger, Dieter Hildebrandt und vielen anderen. Ich hab einmal Düssel und Hähn gewaschen. Mit der ich meinen Stuhlgang berechnen, und ohne Seife. Sparta, Sepp! Sparta, geh weiter! Komm raus, Berzlmeier, du feige Sau! Rosi, was ist's? Gehen wir noch ein bissel zu dir? Nein, das geht nicht, meine Mutter. Deine Mutter, ja. Du, und hättest du nicht Lust, sagen wir mal noch ein bissel bei mir, machen wir es uns gemütlich. Nein, das geht nicht. Vielleicht ein andermal warst du aber meine Mutter. Meine Mutter, ja, ja. Aber wir könnten doch ein Stückchen miteinander Trampan fahren. Ich lad dich zur Trampan ein. Na gut, das ist nett. Da muss ich mich aber dann revanchieren. Den Knall ab! EIN wish ich mich bei mir. Sehr gut. Gesch Surengeリ unlikely sein.